Hey, Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Das kennt ihr und diese Content-Reihe, das liebt ihr mittlerweile auf meinem Kanal. Das sehe ich natürlich auch anhand der Klickzahlen, ob es jetzt BitTensor ist, ob es VeChain ist, ob es Casper Millionäre ist. Natürlich ist es spannend zu sehen, was sie noch gekauft haben. Liefert uns zusätzlich nochmal die Insights, die wir brauchen, um unsere nächsten strategischen Züge auch in der Welt von Krypto soweit auch einzugehen. Und heute werden wir Folgendes machen. Normalerweise würde ich jetzt diese Content-Idee so ausschlachten, bis zum Gehtnichtmehr. Aber mit mir habt ihr jemanden gefunden, der sich auch ständig neu und weiterentwickelt. Deswegen werden wir heute Folgendes machen. Wir werden so ein bisschen tiefer in die Smart Money Analyse gehen. Und ich habe drei Wallets mitgebracht. Es ist so verdammt interessant. Ich glaube, so das Interessanteste überhaupt, wenn ich die einzelnen Whales und Wallets anschaue. Wir haben eine Wallet dabei, die ist völlig in Fumo geraten. Ich weiß halt nicht, was da passieren wird. Irgendwas muss bei BitTensor passieren, weil nicht umsonst würde diese Wallet mehrere hunderte tausende Dollar in BitTensor investieren. Und ja, manchmal sind das Insider, die einfach nur dabei sein möchten. Und die zweite Wallet ist ein Sniper, der BitTensor unter 100 Dollar günstig geschossen hat. Wir werden uns seine Asset-Verteilung anschauen. Wallet Nummer drei. Sagen wir es mal so, es geht um einen Exposed. Es geht um einen Twitter-User, der durch sein ENS exposed worden ist. Wir kennen seine Wallet und wir schauen, in was er auch noch investiert hat. Und das sind meistens immer, ja, Kollaboratoren, die mit den Projekten zusammenarbeiten, die vielleicht bezahlt worden sind. Und da werden wir uns natürlich anschauen, was da eigentlich Sache ist. Und ich würde mal sagen, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Hugo und ich bin Experte. Ich glaube, ich kann mich Experte nennen, wenn man mehr als 500 Stunden in einer Sache beschäftigt war, gilt man rein theoretisch als Experte. Deswegen, ja, ich bin Online-Datenexperte im Bereich Smart Money Research. Und das ist und stellt mein Leben dar. Und ich lade dich wie immer herzlich ein hier auf meinem Kanal. Lass uns direkt eintauchen. Und macht gerne weiter so mit euren zahlreichen Kommentaren, mit euren zahlreichen Likes. Das supportet ungemein dieses Video. Die erste Wallet hat insgesamt 679.000 Dollar in der Wallet. Und für mich ist jetzt Folgendes soweit interessant. Wenn ich mir jetzt die Wallet-Verteilungen anschaue, dann geht das jetzt nicht um den Umstand zu sagen, ja, es ist ein Clearpool in der Wallet, ja, es ist auch ein Ori-Chain-Token auf der Binance-Smart Chain in der Wallet, sondern es geht mehr um den Umstand, nicht wie viel er in BitTensor investiert hat, weil 203.000 Dollar ist jetzt kein Whale, sondern es geht um den Umstand, wann er investiert hat. Und das ist nämlich der Punkt hier. 81 Dollar ist der durchschnittliche investierte Betrag, wenn wir auf BitTensor zu sprechen kommen. Und hierbei handelt es sich nämlich um einen Sniper, der nämlich günstig BitTensor geschossen hat. Ich meine, es ist ja für uns eines der wichtigsten Sachen, wenn wir uns mit solchen KI-Assets beschäftigen, dann ist BitTensor eines der stärksten Asset-Klassen. Wenn wir auf Künstliche Intelligenz blicken und dann würde ich eher sagen, ja, es ist überaus verdient, wenn diese Person bei 63 Dollar in BitTensor investiert hat, dann ist das meistens damit zu begründen, dass diese Personen sich einfach mit den Punkten beschäftigt haben. Und das war für viele, jetzt wenn ihr jetzt der Meinung seid, ja, das war Glück oder wie auch immer. Nein, das war kein Glück, denn in Krypto ist es häufig so, dass einfach diese ganze Intelligenz, das Wissen auf mindestens 20 Prozent der Marktteilnehmer hinübergeht, weil einfach 80 Prozent der Marktteilnehmer sich nicht die Mühe machen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und auch in Krypto bedeutet Wissen gleich Macht. Und so können wir das tatsächlich sagen. Ich möchte euch gerne mal ein Beispiel nennen. Und zwar gibt es immer noch einige Leute da draußen, die einfach geisteskrank sich mit diesen Themen auseinandersetzen und dann auch richtig liegen. Ich möchte euch mal einen Typen zeigen, der schon damals KI, ja, bevor es ausgebrochen ist, prophezeit hat. Und zwar ist es nämlich der hier. Ja, es ist der hier. Schaut euch mal, wie ich da aussah. Aber was haben wir da eigentlich gemacht? Das war jetzt vor einem Jahr, habe ich dieses Video veröffentlicht. Da ging es nämlich um künstliche Intelligenz mit 100x Potenziale. 3.697 Leute haben es angeschaut. Und ich hoffe sehr, dass 3.796 Leute auch die Gains ihres Lebens gemacht haben. Und das haben sie auch, wenn sie dieses Video hier angeschaut hätten. Schaut euch mal Folgendes an. Wir haben Folgendes festgestellt, dass der Markt zu künstlicher Intelligenz eine Gesamtmarktkapitalisierung von 381 Millionen US-Dollar aufgewiesen hat. Mittlerweile ist die Marktkapitalisierung, wenn wir auf die ganze künstliche Intelligenzsparte schauen, aktuell bei, ich muss mal ganz kurz aktualisieren, aktuell bei 14,09 Milliarden US-Dollar. Und das ist extrem krass. Extrem krass, wenn wir alleine aus diesem Zeitalter kommen mit 381 Millionen Dollar, war das schon ein sehr, sehr kleines Narrativchen, was wir aber schon im Rahmen dessen behandelt haben. Das Gleiche auch mit dem Volumen hat auch, glaube ich, aktuell, wenn wir jetzt mal auf das Volumen schauen, 21 Millionen im Gegensatz zu 2,5 Milliarden, Entschuldigung, Milliarden, was schon sehr, sehr krass ist. Und wir haben hier auch ein Beispiel genannt. Und zwar haben wir uns hier mit Fetch.ai beschäftigt. Schon damals gesagt, dass es interessant sein könnte. Wir haben auf Grundlage dessen auch eine Price Prediction auch aufgestellt. Wir haben gesagt, wenn die und die Faktoren erfüllt werden, wird der Preis bei 1,12 Dollar liegen. Ich meine, wenn wir jetzt mittlerweile auf Fetch.ai zu sprechen kommen, mittlerweile haben sie sich ja umfilmiert, da gab es ja eine Migration bzw. Diffusion und mittlerweile ist der Preis bei 1,39 Dollar. Und damit wurde die Erwartungen mehr als nur übertroffen. Und ja, so kann es sein. Und wenn sich solche Leute sich frühzeitig mit KI-Projekten beschäftigen, Ich denke, für uns ist mittlerweile KI nicht mehr wegzudenken aus Krypto. Und es gibt so viele Stimmen in Journals, in Meinungen, in Diskussionen, wo es heißt, dass Krypto eigentlich nur für KI existiert. Und für KI wird nämlich die Währung Kryptowährungen sein. Da sind sehr, sehr viele Stimmen. Und da herrscht im Grunde einheitlicher Konsens, wenn wir auf diese Themen KI und Kryptowährungen zu sprechen kommen. Deswegen vollkommen verdient. Kennt ihr diesen Typen? Ich nämlich nicht. Und zwar geht es bei diesen Typen um folgendes. Das hier ist ein Twitter-User. Und ich sehe es immer so häufig, dass viele ihre Identität mittels ENS, also Ethereum Name Service, veröffentlichen. Und das ist ein Umstand, ein Trend, der Gang und Gäbe ist. Viele wollen einfach ihre Wallet-ID veröffentlichen. Und hier sieht man, dass Trey.eth auf frei zugänglich seine Wallet ist. Und ja, wenn ich mir jetzt einige Sachen anschaue und Cheeseball, ja, für die On-Chain-Gain in meiner Telegram-Gruppe, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr Cheeseball seht. Mehr sage ich nicht dazu. Was hat eigentlich Trey mit BitTensor zu tun? Und das ist nämlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Schauen wir uns das hier mal an. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Wenn wir auf die Wallet zu sprechen kommen, Rollbit, USDT, Polygon, USDC ist mit dabei und hier und da ein paar kleinere Projekte, die nicht mal nennenswert sind. Aber was hat jetzt eigentlich Trey mit BitTensor zu tun? Schauen wir da mal ein bisschen tiefer rein. Dann werden wir sehen, dass er hier BitTensor verkauft hat. Und wenn wir jetzt noch mal tiefer in die Materie eintauchen, das hier ist nämlich Etherscan. Und Etherscan verrät uns zu 100% das, was nämlich hier passiert ist. Manchmal ist Xerion.io nicht in der Lage, viele Prozesse abzubilden. Deswegen hört es da manchmal auf. Aber das hier erzählt dann immer die Geschichte des Geldes, was im Nachhinein passiert ist. Vor insgesamt 43 Stunden ist hier nämlich Folgendes passiert. Und zwar hat nämlich unser lieber Trey 43 Stunden vorher eine Transaktion signiert mit insgesamt 39.000 Dollar in WTAU. Und hier sehen wir das Routing. Dann sind diese WTAU in Rapid Ethereum hinübergegangen und dann in STTAU. Und hier ist das über TensorFlow. Und eine nähere Recherche hat gezeigt, dass TensorFlow.io eine Plattform ist, wo man auch WTAU staken kann. Die Yields aktuell liegen bei 13,5%. Und ich weiß halt nicht, wie es in der Layer 1 von BitTensor genau ausschaut, welche Yields man dort bekommt. Ob es mehr oder weniger sind, weiß ich nicht. Aber generell entscheidet sich der Markt häufiger dafür, auch Assets von anderen Blockchains auf Ethereum hinüber zu bridgen, um sie DeFi-fähig zu machen. Die dritte Wallet, und die ist verdammt nochmal interessant, es geht nämlich um FOMO. Ich weiß halt nicht, was bei dieser Wallet passiert ist. Aber diese Wallet hat wahrscheinlich, wahrscheinlich steht diese Wallet sehr, sehr eng mit den Dev-Teams zueinander. Und diese Wallet wird womöglich die größere Vision von BitTensor wissen. Und diese Person hat sicherlich irgendwas gehört, was diese Person, ja, in FOMO soweit gebracht hat. Aber lass uns mal direkt eintauchen. Ich zeige euch das mal, wie ich das hier meine. Das ist nämlich diese Wallet hier. Es geht insgesamt um 10,9 Millionen US-Dollar. Schaut euch mal diese Wallet an. Es besteht im Grunde nur aus W, Tau und aus Fetch.ai und ein bisschen Eigenlehr mit 700 Dollar. Das ist ja nicht mal nennenswert. Aber darunter auch mit sehr, sehr vielen Stablecoins. Das heißt, hier hat diese Person insgesamt 4,7 Millionen US-Dollar in W, Tau. Hat aber 2,3 Millionen US-Dollar in USDT. Stablecoins, 2 Millionen Dollar in DAI. Und auch 1 Millionen Dollar in USDT. Das bedeutet für uns als Theorie könnte es sein, dass wenn diese Person wirklich so krass in FOMO ausgebrochen ist, dass hier immer noch ein Kaufdruck herrschen könnte von insgesamt, ja, fast 5 Millionen US-Dollar, die darauf warten, investiert zu werden, ist jetzt der Punkt, wo ich jetzt sage, Mensch, diese Person ist voll in FOMO geraten und konnte sich einfach nicht mehr kontrollieren. Schaut euch mal einfach nur die Uhrzeit an. 7.56 Uhr. Insgesamt 4.800 Dollar investiert. Dann, eine Minute danach, wurde nochmal investiert von insgesamt 12.000 Dollar und so weiter. Ihr seht, diese Minutenanzeige, fast alle 5 Minuten wurden hier gekauft. Und dann hat er nämlich auch sein Investment immer weiter erhöht. Von 23.000 auf 49.000, 35.000, 33.000 und so weiter. Also ihr seht es, dass diese Person fast alle 5 Minuten auch BitTensor aufgekauft hat. Und das ist nichts anderes als FOMO, aber auch vorbildlich, wenn man bedenkt, dass diese Person in Tranchen einkauft. Solltest du auch immer wieder, wenn du in FOMO gratis immer in Tranchen einkaufen, niemals, wenn du 30.000, 40.000 Dollar investierst, mit einer Transaktion das Ganze machen, weil du einfach dadurch einen höheren Preisimpact hast und da du mit mehr Geld bezahlst, weniger Token aber bekommst, ist es anders, wenn du in Tranchen kaufst, dass du den besten Durchschnittspreis hast. Man sieht im ersten Schritt, die Person hat nur aufgekauft. Die Person hat nicht einmal verkauft, nur gekauft. Und immer mal wieder, es gab drei Punkte, wo die Person in FOMO geraten ist. Das hier im Anfang September ist diese Person ebenfalls in FOMO geraten, hat die relativ schnell aufgekauft. Zum höchsten Punkt bis zum nächsten Kauf waren es sogar 25% Profit. Das bedeutet, wenn du ein Crypto-Asset wie BitTensor hast, der by the way in den Top 30 der Crypto-Charts sich befindet, ist ein Wachstum von 25% extrem gut. Und nach den letzten Käufen war einfach dieser Gap mit 25% Profit. Schaut euch mal das hier an zu dem Punkt, das war das hier zum höchsten Punkt. Wenn wir jetzt zum nächsten Kauf gehen, waren das 34% und zum jetzigen Zeitpunkt waren das immer noch 35% Profit. Und irgendwas scheint diese Person auferschreckt zu haben, das einfach in FOMO ausgebrochen ist. Es hat aber diese Person es immer wieder geschafft zu kaufen und kurzzeitig danach, also nicht kurzzeitig, sondern mittelfristig danach, ist der Preis soweit er... Nee, könnte man jetzt diese paar Tage als kurzzeitig bewerten oder ist es mittelfristig? Ich weiß nicht, je nachdem in welcher Dimension du arbeitest, sagen wir mal kurzfristig, ich denke ein paar Tage sind kurzfristig, hat diese Person hier investiert und kurzfristig ist der Preis gestiegen. Und das gleiche auch Ende September, kurzfristig ist der Preis auch hier gestiegen. Und dann hat die Person auch 5. Oktober vor vier Tagen nochmal gekauft. Und wahrscheinlich ist es so, dass diese Person sehr, sehr eng, wie gesagt, mit den Dev-Teams ineinander steht, aber trotzdem diese Vision weiß über BitTensor. Und jemand, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, mit Kryptowährungen beschäftigt, wird unweigerlich auf BitTensor zu sprechen kommen. Und das ist ja ein No-Brainer und ich denke, wir haben hier auch sehr, sehr viel Potenzial, wenn wir auf KI zu sprechen kommen. Und das sehen wir immer mal wieder in diesen Wallets. So schön, dass hier sehr, sehr unterschiedliche Ansichtspunkte und Sichtweisen mit einhergehen. Und zum Schluss, wenn du die Wallet-ID willst, dann join in meine kostenlosen WhatsApp-Gruppe. Da werde ich die Wallet-Adressen posten. So einfach mache ich es euch nicht. Liebe Investoren und ich würde mal sagen, ich wünsche euch allen einen wunderbaren Start in den Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.